Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Guten Morgen, liebe Sorgen. Nein, ihr habt natürlich keine Sorgen, denn ihr kriegt jetzt die wichtigsten Robotik-News immer montags um 6 Uhr von Helmut und mir. Hier ist der Podcast Robotik in der Industrie mit unserem neuen Format und Partner unseres neuen Robotik-News-Formats ist Unchained Robotics. Wir sagen vielen herzlichen Dank und Grüße nach Paderborn. Und jetzt geht's los. Guten Morgen, wir starten in die KW40. Ich bin die KI-Stimme von Robert. Helmuts Stimme ist noch im Training. Und jetzt geht es los. Wir sagen Danke, denn unsere Folge zu Südkorea hat alle Abrufrekorde unseres Podcasts geknackt. Vielen Dank dafür. Wir sind überzeugt, dass das internationale Format sehr wichtig für Sie, lieber Zuhörer ist. Deshalb gibt es schon bald wieder eine USA-Folge zum Thema Robotic as a Service. Sie dürfen gespannt sein. Und jetzt zu den Inhalten für diese Woche. ABB präsentiert die Ultra-Accuracy-Funktion für den GoFa-Cobot, die im Vergleich zu anderen Cobots auf dem Markt eine 10-fach höhere Genauigkeit bietet. Diese hochmoderne Bewegungssteuerungstechnologie ist ideal für Branchen wie die Elektronik-, Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Metallverarbeitung, in denen eine exakte Positionierung entscheidend ist. Die Bahngenauigkeit liegt 0,03 mm über den gesamten Arbeitsbereich. Und die absolute Positionsgenauigkeit wird mit 0,1 mm angegeben. Chapeau, liebe ABB-Entwickler. Unser zweites Thema ist KI. Stefan Milz hat in den vergangenen Wochen immer wieder XLSTM-Vision-Anwendungen ausprobiert. Sein Foundation-Model für Tiefenschätzung, basierend auf NX-AIs, Vision Backbone von Sepp Hochreiter, Johannes Brandstetter und Team, zeigt vielversprechende Ergebnisse für Tiefenschätzung auf ungesehenen Daten, schreibt Milz. Er verspricht sich mehr Sicherheit und bessere Performance und Konsistenz. Die Ergebnisse des Unternehmens sind auch für die Robotik sehr interessant. Denn SplinLab setzt auf Safe AI für autonomes Fahren, aber auch in Drohnen. Mehr dazu gibt es in den Shownotes. Autonomie ist ein gutes Stichwort. Das schwedische Unternehmen Sandvik hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Universal Field Robots unterzeichnet, einem schnell wachsenden australischen Anbieter von autonomen, interoperablen Lösungen für den Über- und Untertagebergbau. Das Lösungsportfolio der Australier basiert auf einer Plattform, die das Automatisierungsangebot von Sandvik ergänzt und OEM-unabhängige Roboter- und Autonomielösungen für LKW, Lader und Zusatzgeräte umfasst. Wir gratulieren. Kommen wir zurück nach Europa. Wer sich mit KI und Robotik beschäftigt, muss sich mit dem AI-Act auseinandersetzen. Jetzt gibt es eine offene und kostenlose Datenbank zur Risikoklassifizierung. Die Initiative Applied AI hat eine umfassende Liste mit praktischen Beispielen für risikoreiche und nicht risikoreiche Anwendungsfälle von KI-Systemen gemäß dem AI-Act gesammelt und veröffentlicht. Die Liste sollte sich jeder einmal anschauen. Und nochmal KI. In den USA forschen Wissenschaftler an einem Modell, das für praktisch jedes Roboter-Design einschließlich Arme, Vierbeiner und Drohnen genutzt werden kann. Das haben wir schon oft gehört. Wir sind gespannt, ob es jetzt klappt. Mehr in den Shownotes. Sprechen wir wieder über Hardware. Universal Robots erhöht die Tragfähigkeit seiner kollaborativen Roboterarme UR20 und UR30 um jeweils 5 Kilogramm. Dadurch erhöht sich die Tragfähigkeit einschließlich des Endeffektors auf 25 Kilogramm, beziehungsweise 35 Kilogramm, wenn der Roboter in der oberen Hubposition verwendet wird. Laut Universal Robots ist die zusätzliche Tragkraft besonders bei Palettieranwendungen von Vorteil. Geht doch! Die Alphabet-Unternehmen Intrinsic und DeepMind zeigen eine AI-Based-Lösung für das Maschinentending. Die Lösung setzt auf Machine Learning, gestützte Wahrnehmung, intelligente Bewegungsplanung und Kraftdrehmomentsteuerung. Diese Funktionen sind sofort einsatzbereit und kombinierbar, sodass sich der Roboter an die Position der Aluminiumteile anpassen. Diese greifen und in die CNC-Maschine bewegen kann, versprechen die Entwickler. Da kommt sicher noch mehr, oder? Unser Podcast-Freund Michael Kloos hat uns einen Videotipp aus Japan rübergeworfen. Der Yaskawa-Manager zeigte sich fasziniert von einem Textildruck-Roboter aus Japan. Der Hersteller Ichinose präsentiert in dem Video einen Zwei-Arm-Roboter für den Druck. Das ist ein interessanter Ansatz. Vielen Dank, Michael. Das war es für diese Woche. Wir wünschen einen guten Start. Ach ja, vergesst nicht, euch für den Robotics Award der Hannover Messe zu bewerben. Einsendeschluss ist der 11. November. Wir sind gespannt auf die Einreichungen. Und jetzt heißt es und tschüss. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.